... und über zig Kilometer in Nordatlantik fließt. Und wenn man noch weiter ins Innere geht, ins südliche Hochland, kommt man schnell einmal an Orte, wo man nur zu Fuss erreicht und wo über Wochen nicht ein einziger Mensch war. Wir haben dort einen Wanderweg, wie beispielsweise dieser Weg, der hier in die Schlucht hinteren führt und am Übungsartinder weiter Richtung Scaling an und vier Wandertage weiter kommt plötzlich aus dem schwarzen Lavasand einen 200 Meter hohen Vulkan für den Mehl-Effekt. Im Sommer, wenn im Hintergrund der Zungenbrechergletscher Mürtelsjöck beginnt zu schmilzen, dann ist alles voll Wasser. Am nächsten Morgen ist das Wasser verschwunden. Und dieser Ort im Hochland, das alles voller Schwarze Sand, Schwarze Asch